Was können die Fische denn dafür, dass so viel Müll im Wasser ist? Und woher sollen sie wissen, dass man stirbt, wenn man eine Plastiktüte frisst? Was können die Fische denn dafür, was können die Fische denn dafür? Was können die Möwen denn dafür, dass der Ölteppich so dreckig ist? Und die Menschen sind fürs Augen zu blind, weil sie zu beschäftigt sind. Was können die Möwen denn dafür, dass man den Regenwald zerstört? Und wohin sollen sie schwingen, wenn man nur Ketten segen hört? Was können die Affen denn dafür? Was können die Affen denn dafür? Was kann das Nashorn denn dafür, man lässt es in der Hölle schmoren? Es wird betäubt mit einem giftigen Fein, dann macht es auf ohne Horn. Was kann das Nashorn denn dafür, was kann das Nashorn denn dafür? Was kann das Nashorn denn dafür? Was kann der Eisbär denn dafür, dass das immer wärmer wird? Und dass ein Ruf vermisst, wo leider keiner weiterhört? Was kann der Eisbär denn dafür, was kann der Eisbär denn dafür? Was können die Menschen denn dafür, dass unsere Welt bald untergeht? Wenn jeder glaubt, da wär kein Bisschen dran schuld, dann ist es sicher bald zu spät. Was tun die Menschen denn dafür? Und was tust du denn dafür? Was können die Menschen denn dafür, was kann das Nashorn denn dafür, was kann das Nashorn denn dafür? Vielen Dank.